Blasenentzündung bekämpfen 5 T-Sorten. Diese T-Sorten wirken hantreibend und entzündungshemmend. Sie sind deshalb bei einer Blasenentzündung sehr hilfreich. Blasenentzündungen treten bei Frauen sehr häufig auf. Männer können zwar auch daran erkranken, doch dies kommt seltener vor. Da die weibliche Harnröhre wesentlich kürzer ist, haben die Bakterien bei Frauen ein leichteres Spiel. Erfahre heute, wie du eine Blasenentzündung bekämpfen kannst. Wir stellen dir verschiedene T-Sorten vor. Eine Blasenentzündung, auch Zystitis genannt, führt zu Beckenschmerzen, ständigem Harndrang und Brennen beim Wasserlassen. Es kann auch zu Fieber, Schüttelfrost und einer Veränderung der Farbe und des Geruchs des Urins kommen. Im Normalfall ist die Blasenentzündung nicht folgenschwer. Meist kann sie mit natürlichen Hausmitteln behandelt werden. Erfahre anschließend, mit welchen T-Sorten du eine Blasenentzündung bekämpfen kannst. Mit T-Blasenentzündung bekämpfen 1. Birken-Tee-Birke hat entzündungshemmende Eigenschaften, mit denen du eine Blasenentzündung bekämpfen kannst. Seine antibakterielle Wirkung hemmt die Infektion und gleichzeitig wirkt der Tee harntreibend und reinigt Blase- und Harnröhre-Zutaten. Eine Tasse Wasser 2 Esslöffel Birkenblätter Zubereitung Eine Tasse Wasser erhitzen Wenn es zu kochen beginnt, die Birkenblätter hinzufügen. Das Getränk zugedeckt 10 Minuten bei Raumtemperatur abkühlen lassen. Trinkempfehlung Du kannst jeden Tag eine Tasse Birken-Tee ca. 3-4 Tage lang trinken. Zwei Schachtelhalm-Tee Die harntreibenden Eigenschaften des Schachtelhalms helfen dir, die Urinproduktion deiner Niere zu steigern. Dadurch werden die Bakterien, die das Gewebe in deiner Blase angreifen, herausgespült und beseitigt. Seine entzündungshemmenden Wirkstoffe reduzieren das Brennen beim Wasserlassen. Gleichzeitig wird auch die Schwälung des Unterleibs behandelt. Zutaten 1 Esslöffel Schachtelhalm Eine Tasse Wasser Zubereitung Den Schachtelhalm mit kochendem Wasser überbrühen und abdecken. 15 Minuten ziehen lassen. Dann durch ein Sieb gießen. Trinkempfehlung Du kannst 2 oder 3 Tassen Schachtelhalm-Tee pro Tag trinken, bis deine Blasenentzündung verschwunden ist. Dritter Petersilientee Die Petersilientee ist voller Antioxidantien und enthält auch natürliche Ballaststoffe. Durch diese kann die Gesundheit der Harnwege gesteigert werden. Auch bei anderen Infektionen ist Petersilientee ratsam. Seine natürlichen Wirkstoffe reduzieren gezielt Entzündungen. Keime und Schadstoffe werden mit diesem Tee über den Harn ausgeleitet. Zutaten 1 Esslöffel Petersilie Eine Tasse Wasser Zubereitung Die Petersilienblätter in eine Tasse kochendes Wasser geben. Abdecken und ziehen lassen. Nach 10 Minuten den Tee absieben und trinken. Trinkempfehlung Du kannst eine Tasse dieses Tees trinken, wenn du die ersten Anzeichen einer Blasenentzündung bemerkst. Alle 6 Stunden eine weitere Tasse trinken, bis die Infektion geheilt ist. 4 Eibi-Wurzeltee Ein natürlicher Tee mit Eibischwurzel hilft dir, dein Immunsystem zu stärken. Das macht die Reaktion deines Körpers auf infektiöse Bakterien besser. Dadurch kannst du die Bakterien, die die Gesundheit deiner Blase und deiner Harnwege beeinträchtigen, besser bekämpfen. Seine leicht hantreibende Wirkung hilft dir, dein Harnsystem zu reinigen und durchzuspülen. Dies kontrolliert die durch Infektionen verursachten Entzündungen und Schmerzen. Zutaten Eine Tasse Wasser 1 Teelöffel Eibischwurzel Zubereitung Eine Tasse Wasser Kochen Wenn es kocht, füge die Eibischwurzel hinzu. Den Tee zugedeckt 10 Minuten ruhen lassen. Trinkempfehlung Du kannst eine Tasse dieses Tees trinken, wenn du die ersten Anzeichen einer Blasenentzündung bemerkst. Alle 8 Stunden eine weitere Tasse Tee trinken. Fünfter Maisbad-Tee Wusstest du, dass Maisbad-Tee entzündungshemmend und hantreibend wirkt. Man könnte den Maisbad als Abfallprodukt betrachten, aber du solltest wissen, dass du damit eine Blasenentzündung bekämpfen kannst. Zutaten Eine Tasse Wasser Eine Handvoll Maisbad-Zubereitung Eine Tasse Wasser zum Kochen bringen und den Maisbad hinzufügen Die Hitze reduzieren und 3 bis 5 Minuten köcheln lassen. Danach den Tee zugedeckt 15 Minuten abkühlen lassen. Dann absieben und trinken. Trinkempfehlung Du kannst 2 bis 3 Tassen Maisbad-Tee pro Tag trinken. Den Tee 3 Tage lang trinken oder bis du die Infektion los geworden bist. Punkt Hast du Probleme beim Wasser lassen? Fühlst du Schmerzen und hast Eine Entzündung im Unterbauch Wenn du diese Symptome hast, leidest du wahrscheinlich an einer Blasenentzündung. Mit diesen Tees kannst du die Blasenentzündung bekämpfen. Hmm Vielen Dank.